so ein neuer tag neue herausforderung war die welt ist richtig schön flach geworden das weg das weg das weg wird eigentlich dann zeit man diese hässlichen knubbel hier zu setzen wobei ich denke unter dem orc es geht unter dem orc sehr schön der control freak in mir ist er freut hier eher weniger macht mal hier den da tot das da die da tot habt ihr alle noch bögen in der hand genau das keiner trifft treffen die mann hühnchen okay jungs wechselt auf schwerter auch wenn wir langsam mal können sie schneller machen doch wirklich geht nicht rechts geht nicht so geht auch wenn wir langsam mal bessere waffen bräuchten also zum beispiel silber waffen wenn es überhaupt welche gab ich glaube es gab nur silber pick äxte und äxte schnitzel schnitzel ihr habt ja keine bögen mehr jungs aber schön dass ihr trotzdem schießen könnt so macht das alles weg da kommt noch laut hämchen sehr gut töten wahlloses töten doppelte geschwindigkeit jetzt ist ja die gefahr gewandt so also alles hier es geht schon wieder los mit dem schnee das alles weg baum weg baum weg ich will keine holzprobleme in den nächsten 20 folgen haben so du weg du weg hier weg hier haben wir ja kein schnee wie kommt das oh jungs das portal push ich mal ein bisschen das hier muss nämlich weg und das da muss weg damit will ich wieder hier voll probleme haben darum geht der baum nämlich weg genau baum weg das weg das weg das weg du war schnee weg du weg auch mehr zwerge aber dauert ja nicht mehr lang also gleich in zwei drei folgen dürfen wir noch erfahrungspunkte haben so tag baum du bist wichtig wie ihr braucht man weizen für da hatte ich einen tipp bekommen und zwar soll wie einem untergrund farm machen und zwar nur einfällt hoch und da dann samen anpflanzen haben allerdings keine samen doch da weizenkorn ich glaube aber irgendwie also ich würde jetzt ungern noch mal eine einer meiner wiki wo reingraben deswegen probiere ich einfach mal so im licht die anzupflanzen guck was passiert da 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 nur so ein 5 verblock das ist doch schick nicht möglich hier welche anzubauen warum das denn mach das da mal weg die kriegt doch ein portal also das behalten wir im auge hier wird abgebaut da werden noch ressourcen eingesammelt recht viele sogar die welle ist noch 30 minuten hin das passt du brauchst heilträge noch eine ganze weile ja das geht warum konnte ich jetzt hier keinen weizen anbauen sehr komisch oder wieder dreck hin jetzt geht das gut also wir haben jetzt unsere untergrund weizenfarm problem ist nur hier sollte eigentlich die bahn fahren es fällt mir allerdings zu spät ein ok jungs groß projekt haben haben es sollte eine ungerade anzahl an feldern sein so also ein fünferfeld dahinten warum willst du das nicht und ein fünferfeld hier wobei das hässlich aussieht also buddeln wir das alles aus das heißt wir machen jetzt ein riesiges loch hier rein und versuchen das mit dir zu ersetzen damit es besser aussieht wenn wir das dann aufgefüllt haben dann kommt hier jeweils rechts und links der see hin der jetzt hier unten ist genau einfach weiterhack da laut hälbchen ist manchmal echt ganz schön beschränkt da brauchen wir eine rückwand wir brauchen später auch wieder den zianischen stück aber auch ein tier schildert aber das kriegen wir hoffentlich beim abtragen hier ein bisschen wegen was zusammen du musst weg du musst weg du musst sterben du musst weg du musst weg alles weg dich erweitern wir mal ein zweimal genug manne haben wir ja noch eigentlich nur um die sache hier einzusammeln genau den schnee lassen wir erstmal liegen wir haben den zwergen jetzt schon zu viele aufträge gegeben was machst du da wo ist ein gras ja das ist zur hölle okay ja ameisenplan den aufstand hier sollt ihr graben und zwar bitte ich hier ein portal was auf der richtigen höhe ist also das weg 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 ganz schnell fischen 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 ja ja was macht unsere stupt produktion wieviel ressourcen brauchen wir dafür noch sand haben wir noch tonen ton haben wir auch genug wasser haben wir auch genug wir werden gerne ganz 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 viel davon weil die rückwände hiervon sollen alle aufstock werden ersetze stein ersetze schnee also jedenfalls der fünfer bereich wir brauchen hier ganz viele skaffer links so erst mal genau dass der fünfer bereich soll mit dem stück nicht bauen nicht und keine venezianische stückmauer haben ersetze eis 1 2 3 4 5 ersetze stein ersetze eis so bergarbeiterbuch das 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 apropos bergarbeiterbuch im forum gab es einen beitrag darüber dass man in dem shop wohl doch sachen kaufen kann die man im spiel nicht herstellen kann wie zum beispiel mit rielwerkzeuge also mit riepick axt und axt die kann man nicht herstellen aber kaufen also lohnt es sich doch da gold für zu sparen weil das geht dann zack 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 so und das ganze geht jetzt runter bis auf die höhe das geht auch noch runter bis auf nicht da ist auf die höhe da muss das spiel alles ersetzt werden so dass wir alle später durch dort ersetzt wenn wir dort haben was macht man jetzt wäre gerade hier kommt die anderen macht unten also müssen definitiv ein teil des bodens hier durch unsere blöcke ersetzen damit die kopplans nicht immer und immer wieder direkt vor unsere haustür spawnen f1 deckbaum kommen wir schnell an neue waffen ran ich würde die ganz gerne weg mähen laterne ist nicht wirklich neue waffe eine magische explosion hat mal laterne oh wir haben fast kein eisen mehr du 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 zwei laternen ja bau die laterne auch selber da ein nicht genau achso nur erstmal geschmieden werden ja das ist noch nicht fertig hier machen sie gute fortschritte das 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 setzte erde setzte erde setzte erde setzte erde so du da runter plumpsen wo werden ah da sind die lampen fertig gut also plan ist jetzt lampe bauen tesla turm bauen gleich wieder abbauen und danach haben wir zugriff zu der magischen explosion und dann probiere ich mal hier eine magische explosion zu machen und guck was passiert also ich glaube dafür ist eigentlich nicht gedacht eigentlich ist die magische explosion dafür gedacht blöcke abzubauen äh jungs hier bitte danke warum nein 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 nichts töten achso jedis jedi weg portal verlängern so ja ist okay das sieht richtig schick aus hier also ja der boden hier muss definitiv noch ersetzt werden also das gehört dann noch mit zur festung dieser ganze mauerbereich hier also kann der boden dann auch ne so ein boden werden meinetwegen müssen wir sowieso noch gucken wir könnten die ganzen bereich hier mit dieser steinmauer machen also auch unterirdisch und oberirdisch dann diese ziegelmauer du weder zwerg geh bitte mal schlafen geh auch schlafen was zur hölle machst du hier in lothelmchen ich will das hier alle ausgeruht sein damit wir die ganzen koppel ins weg haben können so doppelgeschwindigkeit ne ne so brutal bitteschön alle flassieren schnarchen 1 2 3 4 5 weg mit dir duber geist äh lampe lampe wollte man da aufstehen bauereine laterne jetzt kommt bauereinen teslaturm ich finde den teslaturm da irgendwie toller als die laterne weiß auch nicht weg 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 setze erde setze erde setze erde so wir sollten jetzt hier damit schon anfangen sonst können wir später nicht mehr machen wenn da wasser drin ist dafür brauchen wir allerdings noch mehr von denen da ja ja ok die jungs sind fast ausgeschlafen also wir geben mal ein sammelbefehl äh wenn ihr wollt das mit der explosion ja testen ok wo ist der teslaturm da wir haben kein gold ok kein explosionstest sammelhorn sammelhorn hier in der luft das könnte interessant werden ja da war schon dieser schatten back keiner bewegt sich gut sammeln auf dem boden das geht schon eher ich hätte ja ruhig mal springen können oder so sammelhorn hier die greift ja nicht an na gut töten 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 befehl auf heben das ist laut macht mal da zu ende mal so also hier wird stück gebaut oh oh warum will ich noch oh oh warum läuft ihr weg töten 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 komm schon das ist irgendwie nicht so wie geplant das ist irgendwie nicht so wie geplant was seid ihr denn für ein menn ist oh oh ja geht schlafen geht einfach nur schlafen geht einfach nur schlafen geh 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 die was machst du denn da unten die schleichen sich immer wieder runter in die mine das ist sehr komisch äh nicht die nach so ja das war nicht sehr episch wir brauchen definitiv bessere ausrüstung oder bessere zwerge okay ich baue derweil schon mal ein bisschen steinwall also stein haben wir genug wasser haben wir genug sand haben wir genug steinwall so da brauchen wir aus kratten zweck abgestützt da sitzt du vorne da sitzt du vorne erde da sitzt du vorne erde ja ich weiß nicht ob sie da rankommen müssen wir mal testen also das ist denn der optische stil von unten und außen nicht so genau könnt ihr nicht standardmäßig bitte die normale steinwand nehmen jetzt stein und stein und stein und stein und stein so wird hier langsam äh da brauchen sie wohl noch Hilfe wir haben ja noch warum fällt das auch ups warum fällt das da durch weil da noch nichts ist okay das ist ein argument Jungs ihr habt ganz viele aufträge macht mal was ihr seid doof Fackeln bräuchten wir eventuell auch noch beim Teich jedenfalls eine hier Fackel mittig dahin mittig dahin und hier macht ihr auch nicht weiter ihr schlaft nicht ihr arbeitet nicht irgendwie seid ihr sehr komisch will das Werk versucht Weg zu finden genau dann Kampf weckt sie auf töten jetzt tötet ich hier den Rest ist mir egal wie tötet einfach den Rest das ist es ist es 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 das es 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 Untertitelung des ZDF, 2020